Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Mittwoch mache ich ein reines Unboxing von verschiedenen Produkten, die einfach auf meinen Schreibtisch passen. Und wen das Ganze interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach meinem kurzen Intro. Ein paar Lautsprecher von Amazon Basics. Und zwar gibt es die in den Farben Silber, wie ich sie hier bestellt habe, und Schwarz. Man kann hier auch noch ganz verschiedene Sachen dazu bestellen, und zwar Verlängerungen. Und kann auch sogar vier Paar bestellen. Das ist der Vorteil bei den ganzen Kosten liegen so zwischen 17,53 Euro und 40 Euro für die Vierer-Variante. Und ist natürlich, wenn es hier die Amazon Basics sind, natürlich auch Prime. Das ist ganz klar. Wir packen das gute Teil mal aus. Ich habe natürlich hier schon mal die ganze Kunststoffsache hier ausgepackt. Also die waren hier einzeln verpackt in Kunststofftüten. Und was natürlich gleich richtig ins Auge fällt, ist hier oben Amazon Basics. Das Ganze ist hier schön glänzend gemacht. Was viele auch bei den Bewertungen schon geschrieben haben, dass das ordentliche Qualität ist. Also das heißt hier vom Standfuß und auch von dem Gehäuse würde das qualitativ hochwertig aussehen. Das kann ich jetzt auch hier mit gutem Gewissen sagen. Also man sieht hier an den Seiten so ein paar Ecken, aber hat jetzt absolut keine Lackschäden oder sonstiges. Und hier haben wir auch nochmal eine Information auf der Rückseite. Das Kabel ist gut eingeführt. Und was hier gleich ist, auf der Unterseite einfach so ein Vlies aufgeklebt, damit man sich den Schreibtisch nicht verkratzt. Die Besonderheit an den Lautsprechern ist einfach, dass wir hier so einen blauen LED-Ring haben. Den kann man auch nicht ändern, soweit ich das weiß. Jetzt gucken wir aber erst mal, was wir hier haben. Und zwar haben wir hier einfach Amazon Basics hier aus den USA. Und dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung, einen Quick Start Guide. Und zwar haben wir den in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch. Das heißt, da stehen alle Sachen drin. Wir haben hier 5 Volt USB. Haben hier 5 Watt. Das ist, jetzt gucken wir mal, damit ich das Ganze hier auf Deutsch auch richtig erzähle, was was ist. Wo haben wir die deutsche Version zu den Spezifikationen? Hier haben wir sie. Und zwar die Leistungsaufnahme 5 Watt. Die Ausgangsleistung 2x2 Watt, also pro Lautsprecher. Und dann haben wir hier 35 dB und 65 dB. Haben hier einen Frequenzbereich von 80 Hz bis 20 kHz. Ja, die Abmessung brauche ich nicht erwähnen. Aber wir haben hier 648 0,648 Kilo. Also, da gehen wir davon aus, dass hier knapp so 250 Gramm so ein einzelner Lautsprecher hier wiegt. Das ist ordentlich. Da kann man nichts sagen. Ja, was haben wir noch mit dabei? Die zwei Lautsprecher. Ich würde sagen, wir machen den Karton mal weg. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben also hier einfach nur ein Kabel mit einem USB und einem 3,5 Klinke. Das heißt, das kann man sich hier an den Laptop, an den Rechner oder auch, wir hatten es hier an einem Beamer, beziehungsweise an der Xbox, kann man das anschließen. Das Kabel, gucken wir mal, Spezifikationen. Ich schätze mal so 1,20 Meter. Wir haben hier einen Regler. Ich habe den auch schon ausprobiert. Der geht prima, laut und leise. Hier haben wir einfach so ein Drehrad, was mir nicht gefällt, dass man einfach hierüber nicht einen Rasterpunkt hat und kann den unterbrechen. Das heißt, dass der Stromfluss unterbrochen wird. Das hat man ja bei vielen Geräten, die so einen Regler haben. Man muss immer wieder den USB-Stecker ziehen oder man hat einen Hub oder sonst irgendwas, wo hier ein An- und Ausschalter dran ist. Das Kabel hier dazwischen dürfte jetzt, sage ich mal, so 80 Zentimeter bis einem Meter sein. Wie gesagt, einfach mal auf der Produktseite gucken. Ich finde, es passt auf jeden Fall. Man kann es links und rechts von einem Computerbildschirm richtig gut hinstellen. Also hier passt alles. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal her. Ich klemme die Stecker mal kurz an den Rechner an und dann hören wir uns mal was von einem super YouTube-Kanal an, der hier selber seine Musik mixt. Und dann hören wir uns mal an, wie die Lautsprecher so klingen. Ich habe jetzt mal das Licht ausgemacht und wir gucken uns jetzt einfach mal hier diese blaue LED an. Sieht halt richtig klasse. Es spiegelt auch so ein bisschen, wenn man es auf dem Tisch stehen hat. Und ja, wie gesagt, das einzigste Manko. Man kann es hier über den Regler nicht ein- und ausschalten. Und dann muss man halt immer wieder USB ziehen oder lässt sich hier was einfallen. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Ich habe hier von M4Beats, das ist ein toller Kanal, hat knapp 1700 Abonnenten. Schaut gerne mal vorbei, hinterlasst ein Abo und auch Daumen hoch. Wir hören rein in das neueste Werk X-Rave Hard Bass Party Club. Und dann hören wir uns mal an, wie die Lautsprecher sich anhören. Ich habe jetzt hier die Lautstärke vom Rechner auf 100 Prozent. Und bin jetzt so circa, ich würde sagen, bei 20 Prozent von dem Regler angelangt. Also man hat hier schon einen großen Spielraum. Ich will jetzt nicht zu arg aufdrehen, weil sonst einfach die Spitzen zu hoch sind. Und da fängt es an zu kratzen für euch. Aber ihr hört selbst hier, ist das ein ordentlicher Ton für das Geld. Ich muss sagen, vom Bass her spüre ich jetzt, wenn hier meine Hand einfach aufliegt auf dem großen Mauspad, spüre ich auch schon diese kleine basslastige Box. Aber wie gesagt, für die 17 Euro und ein paar zerquetschte, was ich jetzt bezahlt habe, ist es natürlich auch in Ordnung. Es ist natürlich hier kein High-End-Bass. Das darf man natürlich nicht erwarten. Aber so, muss ich echt sagen, ist eine klasse Sache. Ja, das mit dem Regler ist auch eine super Sache. Schade, dass hier nicht dieser Rasterpunkt ist. Das kann ich immer wieder erwähnen. Also wenn das einer sieht von der Entwicklung hier, mach das mal. Entweder hier so einen kleinen Schalter oder einfach so ein Klicker. Natürlich ist es dann auch wieder störanfällig. Aber trotzdem, es macht halt immer wieder Sinn, weil man, wenn man den Computer einfach in den Ruhemodus steckt und dann laufen die blauen LEDs mit. Na klar, kann man sagen, okay, jetzt laufen die einfach noch ein bisschen als Beilicht oder Nachtlicht. Aber ich finde es halt nicht so berauschend. Im Hintergrund lassen wir die Musik einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei M4Beats vorbeischaut. Hinterlasst ein Abo und ja, auch Grüße von mir. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über neue Abonnenten. Jeden Mittwoch kommt von mir hier ein Unboxing. Alles, was auf meinen Schreibtisch passt. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Boxen habt, wie ihr diese findet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kai's Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.